Hallo? Hallo? Nein, nicht. Ha-ha! Pfff! 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 Hallihallo und grüezi wohl zu einem neuen Video. Besten Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute drehe ich die Zahnarzt-Challenge Zahnarzt-Challenge mit meiner Schwester Zoe. Das ist die Zahnarzt-Challenge. Wir erhalten so Teile, damit wir diese in den Mund nehmen können und jeder von uns hat 10 Karten. Diese 10 Karten müssen wir einander vorlesen und der, der am meisten Wörter erratet, gewinnt. Der, der am wenigsten Punkte hat am Schluss, muss einen Löffel selbst nehmen. Sie startet. Hunte Malhez Schrecke Hunte Schrecke und Pirze schrecken und überhaupt Ouch! Auflösung. Bunte Waldpirze schmecken komisch. Notenlohn. Bienen klippert in der Ehe. Also ich habe verstanden. Bienen klippert in der Ehe. Bienen klippert in der Winkel. Aha. Parfümierte Meisen sind beliebt. Warme Reisen sind beliebt. Die Auflösung ist natürlich. Parfümierte Meisen sind beliebt. Und der Hirschsuche schmeckt komisch. Butter Milch Suppe schmeckt komisch. Butter Milch Suppe schmeckt komisch. Der aktuelle Stand steht immer noch nur zu nur. Runde 3. Rüden Spinnen sind komisch. Rüden Spinnen sind komisch. Die Auflösung ist. Müde Spinnen sind komisch. Immer noch nur zu nur. Montags ist der Milchbrei-Rind. Montags ist der Milchbrei-Rind. Auflösung. Montags ist der Milchbrei-Bund. Okay. Immer noch steht es nur zu nur. Klammeraffen wollen schrauben. Klammeraffen wollen schrauben. Klammeraffen wollen schrauben. Höhle. Höhle. Klammerressing. Höhle. Höhle. Ich verstehe das. Danke anstappen. W opportunity. Im Sohn ist ein Schlumpf. Im Sohn ist ein Schlumpf. Im Sohn ist ein Schlumpf. Einen Punkt zu sehen. Babys wuchsen im Traum. Ich verstehe nur A.I. Was zum Teufel ist A.I. Ich verstehe nur A.I. Babys wuchsen im Traum. Platten, Hörer sind kaputt. Platten, Hörer sind kaputt. Buch Nummer 2 für 2. Platten, Hörer sind kaputt. Einen Krummen, Haken, Krippen. Einen Krummen, Haken, Krippen. Einen Krummen, Haken, Krippen. Einen Krummen, Haken, Krippen. Einen Krummen, Haken, Krippen... Einen Krummen, Haken und bornen. Einen Krummen, Sarting, Kippen, Haken, Haken. Wir sparen auch hier low stressig. Der Kacheln auf der Bühne rohelt. Auf der Bühne rohelt. Was macht das Brot im Haus? Was macht das Brot im Haus? Gut. Gut und Roll. Was macht das Brot im Haus? Was macht das Brot im Bauch? Das steht 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Frauen haben meist Würfel. Frauen haben meist Würfel. Korrekt 4,5. Ist sie so schlecht im Reden oder bin sie so schlecht in der Hand? Ja, das ist so schlecht. Klemmen, 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 klemmen. Klemmen, 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 klemmen. Klemmen, klemmen selbsen, klemmen, klemmen. Klemmen, klemmen, klemmen levöl. Klemmen, 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 klemmen Sym aber eingetreten. saya sudah lek flu. Z OFTEN L** Eine Rechter yang karamek producs. L** Serian Es gibt jetzt aber nur 0,5 Punkte, da ich wirklich nachhelfen muss, das heißt, es steht jetzt 4,5 zu 1,5. So, ich stehe den Zehnel, hier. Mach mal Bötschen, mach mal vorwärts, das ist ja richtig mühsam. Ich mache Reihen über Kleine. Ich mache Reihen über Kleine. Kleine, das gibt natürlich einen halben Punkt, danke schön. Das heißt, ich habe jetzt 2 Punkte, ich habe 4,5 Punkte. Obelix wirft Geldscheine. Obelix wirft Geldscheine. Obelix wirft Geldscheine. Sind Sie bereit? Ich bin bereit, 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 bereit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Limo klopft vom Baum. Oh. Natürlich gewöhnt das, wenn wir wären eigentlich nur. Ich muss einen Löffel Senf nehmen. Ich hasse Senf. Mmh. Lecker. Ich hasse. 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 Wenn ihr mehr von meiner Schwester sehen wollt, dann einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video sonst gefallen hat, könnt ihr ihn auf dem Kauf. Und einen Daumen nach oben geben. In der Infobox link ich euch noch mein letztes Video. Und ihr mich auch kostenlos abonnieren. Tschüssi.